Musik Ah, ein anderes Loch. Wie kann ich das denn machen? Seid mal cool. Seid mal cool sein. Alter, das kann ich nicht. Perspektive Scheiße. Ach du bist schon am Filmen! Yo, was geht? Achtung Hindernissen und rechts auswischen. Aaaaah! Everything is alright. And Mama, don't worry, I'ma make you proud. I know you're scared, but it's gonna work out. Everything will be fine. Everything will be fine. Yo, Freunde, wir sind heute wieder in Bonn. Habt ihr einen Plan B? Hey, meine Freunde. Wir sind hier wieder in Bonn unterwegs. Und Adrianovic auch dabei. Und ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die mir sagten, ja, ich habe den und den Plan, den ich gerne verfolge. Aber ich brauche ja auf jeden Fall noch eine Sicherheit. Also habe ich Plan B, ja, den ich mir zurückstelle, damit ich nicht ohne alles am Ende dastehe. Und ich kann euch was zu Plan B sagen, Leute. Wenn ihr einen Plan B habt, werdet ihr immer bei Plan B landen. Es muss ein System sein, was gut duplizierbar ist. Was quasi schon fertiggestellt ist. Was gut dupliziert werden kann. Und du selber musst den Menschen beibringen, wie sie Menschen etwas beibringen. Teach people how to teach people. Das ist das beste System, was es heutzutage eigentlich gibt, um einfach so möglichst schnell einen Selbstläufer daraus zu machen. Papa, don't worry, I'ma make you proud. I know you're scared, but it's gonna work out. Everything will be fine. Everything will be fine. Ich höre von allen Seiten im Moment, ey, ich will das machen, ich will dies machen und ich bin bereit, das zu geben. Und wisst ihr, was die im Endeffekt machen? Ja, die Menschen geben bei den ersten Widerständen immer wieder auf. Und ich erlebe es immer wieder aufs Neue. Was ist denn los mit euch? Was für eine Einstellung habt ihr? Eure Einstellung könnt ihr einstellen, meine Freunde. Positiv denken macht euch noch nicht zum positiven Handler, aber ihr müsst positiv handeln, um erfolgreich zu werden. So Leute, guten Morgen erstmal. Vlog Nummer, ich glaube 29 jetzt. Gerade in Rom, immer noch unterwegs. Und ich habe für euch etwas, was ich gestern, eigentlich heute auch mir wieder bestätigt war. Und zwar, ich sehe immer wieder, dass die Menschen wollen Erfolg haben, aber die kopieren und die kopieren und die kopieren. Du musst das nicht mehr kopieren. Warum denkt ihr, dass Geri Wenatschuk so erfolgreich geworden ist? Der ist einfach nur erfolgreich, weil er redet genauso wie er ist. Der ist genauso wie er ist. Der ändert sich nicht wegen einer oder der anderen. Er hat selber gesagt, dass nach 60 Episoden hat er sich entscheidend getroffen, wieder genauso zu sein wie er immer ist. Weil du kannst einfach nicht fake it, denen du make it. Es ist immer wieder Menschen, die sich so mit Hemd anziehen und danach, wenn die machen den Mund auf, kommt gar nicht raus. Also wenn du redest mit Shit, Scheiße und anderen Worte, sag einfach. Sei du, was du wirst. Die Menschen werden dich lieben. Ja, vielleicht am Anfang werde ich dich nicht verstehen, warum du sowas machst, aber dann mittlerweile werden die auch. Das ist eure Entscheidung, ihr könnt heute ändern. Und es kann sein, dass am Anfang werden die dich nicht verstehen, wenn du Scheiße sagst, Shit, Fuck und sowas alles. Aber es ist doch scheißegal, sei du. Und wenn du dich mit diesem Menschen triffst, dann musst du dich nicht verstecken. Du sagst einfach, was du bist und fertig aus. Und wenn die akzeptieren, akzeptieren, wenn dich nicht. Wenn dich nicht akzeptieren, dann werden die mit dir auch nicht arbeiten. Weißt du was, lieber so sein, so wie du bist. Ich respektiere dich mehr, als wenn du versuchst, mich zu bullshitten und take it to the make it. Weil starker Charakter kommen zu starker Menschen und fertig. So, ich sage immer wieder. Und das, was ich gesagt habe bis jetzt. Mach einfach dein Ding. Es ist scheißegal, was die anderen Menschen zu dir sagen. Wisst ihr, wie viele Menschen haben zu mir gesagt, du wirst das nicht machen und das nicht machen. Ich habe immer wieder gesagt. Einfach gar nicht zugehört. Weil ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich zu anbieten habe. Und weißt du, was geil ist? Jeder einzelne Mensch hat jemandem etwas anzubieten. Aber leider, wir waren so, die haben uns so beigebracht, dass wir schon vergessen haben, was wir besonders sind und was wir besonders sind und was wir besonders haben. Und wir haben einfach akzeptiert. Ja, wir sind alle gleich. Wir haben nichts zu sagen. Alle tragen genau die gleiche Klamotten. Wenn einer trägt was, dann muss ich auch genau die gleiche tragen. Sinnlos. Einfach sinnlos. Sei du, was du willst. Mach das, was du willst. Fertig. Such dir keine Ausrede von dem, was du weißt. Aber Gabriel, weißt du, das funktioniert nicht. Aber Gabriel, weißt du, das hat für mich nicht geklappt. Dann hast du nicht genau genug versucht. Du hast nicht genug versucht. Du kannst mir nicht sagen, dass das nicht funktioniert. Wenn du zwei, dreimal versucht hast. Ich habe Partner in meinem Business. Ich habe Personen, die ich kennengelernt habe. Die haben zwei, dreimal versucht. Danach haben sie mir gesagt, ja, ich kann das nicht. Ja, dann zieh durch, Mann. Wie denkst du, dass es bei uns war? Das war genau das Gleiche. Wir haben angefangen. Wir haben durchgezogen und fertig aus. Keine Ausrede. Such dir keine Ausrede. Mach einfach. Was geht ab? Wir sind jetzt hier wieder unterwegs in Hannover. Wir haben gerade wieder einige Termine gehabt. Wir müssen jetzt schauen, wo wir das Office hin verlegen. Das ist nicht ganz so einfach, was passendes zu finden. Komm. Ähm. Ja, Mann. Ihr seid geil. Na ja, ich halte das raus. Für alle, die YouTube-Videos machen. Oder die generelle Videos machen. Ohne Scheiß. Holt euch so einen fucking Stabilizer. Das lohnt sich ohne Scheiß. Das ist die beste Investition, die ihr machen könnt. Leute, wir sind gerade an einem Ufer. Und der Junge wird sich am Umziehen. Warum ziehst du dich um? Wir machen ein paar neue Fotos für Instagram. Geil. Please don't hit my line. Don't hit my line. Der Junge hat echt einen Schaden, Leute. Wir sind jetzt gerade unterwegs. Wir haben jetzt noch einen Termin. Und das ist jetzt erst in einer Stunde. Deswegen haben wir uns entschieden, wir schießen ein paar Fotos. Und zufällig hat er einen Rucksack dabei. Mit Klamotten zu mumziehen. Passt. Kannst du jetzt hier reingehen? Jetzt gehen wir ins hier Parkhaus rein. Okay. Ich glaube hier wird ein cooles Foto. Ja. Ich glaube auch. Ja. 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 Ja.